Die Leute sehnen sich nach was Großen, nach einer Idee. Und wenn die kommt, machen alle mit. Ihr seid also der Meinung, dass die Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall, jetzt ist nur viel zu aufgeklärt. Vielleicht wäre eine Diktatur in Deutschland ja gar nicht so schlecht. Wenn da jemand wäre, der sagt, wo es lang geht. Kein Rassist wie Hitler. Wenn die Deutschen nicht endlich wieder stolz auf die Land sein dürfen, führt das doch nur zum Gegenteil. Kein Rassist wie Hitler. 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 Untertitelung des ZDF, 2020